Hallo bei Faces of Munich, ich bin Nicoletta und mit diesem Video hier möchte ich dir zeigen, wie schnell und einfach du auch dein 60-Sekunden-Pitch-Video bei uns hochladen kannst. Zuerst nimmst du dein Video mit deinem mobilen Telefon und lädst es über den Link hier unten bei uns auf der Seite hoch. Du lässt uns wissen, wer du bist, was deine Dienstleistungen und Produkte sind und warum du bei Faces of Munich mitmachen möchtest. Wir sehen das Video, es wird sehr vertraulich und privat von uns behandelt, wir geben dir ganz schnell Feedback und die besten drei Videos werden von uns kostenfrei verfilmt und bei uns auf Faces of Munich hochgeladen. Also lass uns wissen, wer du bist und sei Teil dieser exklusiven Community. Wir freuen uns auf dich und auf deine Message.